Bauarbeiter flüchten, Feuerüberfall der Taliban. Die Bundeswehr wollte hier heute eine Brücke errichten. Ein Wiederaufbau, der den Taliban nicht passt. Wir sind in Jadara, der Unruheregion westlich, von Kunduz Stadt. Jetzt liegen wir seit etwa 10 Minuten im Feuerkampf. Es wird von links geradeaus und rechts geschossen. Fahrzeuge sind aufgefahren zum Schutz, um die Soldaten, die sich im Vorfeld befinden, rauszuholen. Die Taliban hatten den Hinterhalt lange vorbereitet. Sie wussten von dem Brückenprojekt. Im Jadara tobt ein Guerillakrieg.